hey leute was geht kann hierbei viel mehr apps und games und wir sind wieder bei die sims 4 und wir sind ja mit khan und seiner familie in die großstadt gezogen aber die zimmer stehen ehrlich gesagt noch nicht so also werden das schlafzimmer wir haben das zimmer so dass wir selinas zimmer so und es ist abends sie wollen sich schlafen legen wir haben hier ein spitzen appartement gemietet mit ihr seht swimming pool im keller und wir das ding und möbliert geholt weil wir wollen das halt selber möblieren haben wir jetzt auch letztes mal schon macht heute ist selinas zimmer dran und unten der pool den würde ich auch gerne ehrlich gesagt mal machen und danach gehen wir im dritten video von von diesem man sollte das melissas werden ja ach so die ist jetzt hier am laptop so es sind ja werden wir natürlich auch noch ein bisschen anpassen ich weiß die haare haben euch nicht so gefallen aber wir müssen jetzt leider noch mal in den baumodus heute aber ich glaube ihr habt da nicht so das problem wird so wir brauchen auf jeden fall hier in der ecke noch lichter ich wollte mal folgendes also gibt auch natürlich neue accessoires in diesem pack so hatten wir das relativ unten jetzt geht wieder die suche los nach dem item ach da ist es so wir hatten uns hier für weiß entschieden so was hier so das müsste eigentlich dann schon ein bisschen besser aussehen was wir sonst noch machen könnte ich glaube sonst von den lichtern her sollte das hier eigentlich passen hier fehlt ein bisschen was obwohl wir können eigentlich folgendes noch machen gibt es hier nicht noch irgendwie hier was über die tür würde ich eigentlich gerne noch haben ich habe auch so ein standard ding eigentlich nehmen so was hier so okay damit wäre okay das wird melissas zimmer hier wir brauchen jetzt aber hier was für selinas zimmer das ist das schlafzimmer so die türen und so sind hier schon fertig wollte man gucken mal ganz wenn wir komplett durch sind ob diese türen und sowas auswechseln mal schauen wir haben es immer gibt es auch aber da gibt es eigentlich nur ein paar accessoires oh das kommt glaube ich hier unten rein bei uns ja na gut also wir fangen wir mit den lichtern hier am besten an leute so ihr seht es ist wirklich unglaublich dunkel da wir brauchen ein paar lichter fangen wir doch mal mit diesen stehlichtern wieder an die gefallen mir wirklich ne mit diesen wandlampen die gefallen mir wirklich sehr sehr gut wenn du bekommst aber diesmal eine andere farbe deins werden wir so in einem lila ton heute haben wirklich sehr sehr modern aus und süß da haben wir das da dann können wir folgendes noch machen du kannst ja ja so eine lampe noch hier haben so hier kommt dein bett hin auf jeden fall selina ich weiß selinas zimmer ist ein bisschen kleiner euphorie station die euphorie station wir müssen ins kinderzimmer mal wieder hier hatten wir ein paar neue sachen wenn ich alles freige megafon haben wir auch sehr sehr cool gefällt uns wirklich sehr also wir brauchen jetzt erstmal den teeny traum wo ist das denn ach das hier du kriegst hier vielleicht dieses wobei das passt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht vielleicht kriegst du eher dieses hier ja okay du bekommst auch so ein ding hier okay das ist aber auch das einzige was wir von hier übernehmen du bekommst auch so einen tisch hier der kommt bei dir hier in die ecke du bekommst auch einen tollen stuhl du bekommst diesmal auch du bekommst so einen würde ich sagen aber so okay pc bekommst du selbstverständlich auch noch aber ich will mal gucken einen moment können wir hier nicht so eine karaoke bar hin machen passt nirgendwo hier rein gut also hier passt es leider nicht rein was ist das denn stereo anlage das können wir doch hier hinten rein packen wir brauchen auf jeden fall einen pc mal wieder so du bekommst aber einen hier so in lila einer tastatur super so hier ist es noch ein bisschen dunkel dementsprechend gibt es da jetzt auch noch ein lichtlein hin dann nehmen wir so eine stehlampe jetzt aber auf jeden fall und zwar die ist noch nicht frei ne nehmen wir mal so eine im pink hier so so sieht es doch schon mal viel viel heller raus hier packen wir auch noch was hin dann brauchen wir einen schrank leute und du bekommst hier so einen schrank wenn der jetzt hier hin passt ach du siehst doch natürlich passt der da nicht rein wie sieht es mit dem hier aus okay machen wir folgendes immer ein bisschen hier rüber mit dem bett da müsste eigentlich auch der schrank hier rein passen hä? warum passt denn der schrank hier nicht rein? checke ich nicht so noch ein bisschen weiter nein noch mal kurz außerdem wenn wir das ding hier weg machen das Wett kommt hier in die Ecke ich verstehe es nicht warum passt denn da kein Schrank hin? muss rechts und links auch noch platt sein oder was? ich möchte die Aussicht ehrlich gesagt hier nicht kaputt machen das checke ich nicht warum hier manchmal packen wir unser Bett wieder hier hin also du bekommst hier so eine Kinderkommode ja das will ich aber eigentlich nicht so ok Spiegel brauchst du auch aber auch du bekommst hier sowas das sieht doch wohl das könnte ein bisschen zu groß werden ja der ist auf jeden Fall zu groß dementsprechend nehmen wir vielleicht mal sowas hier aber der passt nicht hier rein so auch du brauchst ein paar Spielzeuge und auch eine Tasche gleich ein paar Seifenblasen so Spielzeugkiste auf jeden Fall so wir brauchen hier ein paar Teddybären so ein paar Spielzeuge so ein paar Spielzeuge Okay, das ist jetzt das Zimmer. Ja, lassen wir glaube ich mal so, aber sie braucht auf jeden Fall noch eine Tasche. Ich verstehe nicht, warum das hier alles nicht hinpasst. Das checke ich ehrlich nicht. Na ja, gut. Okay, das ist das hier. So, ich brauche auf jeden Fall hier noch ein paar Lichter. Ich brauche vielleicht noch ein paar Lichter. Auch hier will ich diese Dinger, die wir sonst auch schon haben. Aber wir nehmen hier dafür mal eins. Die machen wir mal komplett. Ja, das passt irgendwie nicht. Ich hole auch irgendwas an die Wand, aber was. Nein, das passt ja gar nicht. Vielleicht bleiben wir bei denen, aber ich nehme vielleicht hier dann mal eine andere Farbe in die Mütze. Nee, das passt eigentlich noch auch nicht. Aber wir nehmen sowas hier. So, wo war das denn eben von Celinas Zimmer, das Ding, was ist das hier? Ja. Dann nehmen wir sowas. So, damit hätten wir zumindest hier oben die Zimmer schon mal fertig. Ja, das sieht doch echt schön aus, finde ich. Dann können wir runtergehen. So, hier fehlen auf jeden Fall ein paar Lichter. So, die bringen wir doch jetzt erstmal an. Wie sieht es denn eigentlich mit vorgefertigten Zimmern aus? Gibt es hier nicht irgendwas? Doch. Und zwar... Wohnzimmer. Wie sieht das denn aus? Naja. Geht so. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Das ist auch das einzige vorgefertigte Wohnzimmer, was es hier gibt. So, wir müssen also mit den Lichtern hier unten anfangen. Das machen wir auch. Ich glaube, wir machen auch mit den Dingern hier weiter mit der Wohnampfel. Aber hier unten gehen wir mal vielleicht eher auf einen helleren Ton. Hier vielleicht. So, das haben wir hier. Auch. Hier brauchen wir hier auf jeden Fall noch was. Hier brauchen wir noch was. Draußen würde ich auf jeden Fall gerne was hinpacken. Okay, das ist das. Aber hier fehlen auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen. So, hier würde ich gerne komplett in Weiß machen. Okay. Okay. Okay, wir haben viele Lichter hier. So, hier fehlt natürlich noch was. Wo geht's denn eigentlich runter, frage ich mich gerade. Ah, hier hinten. Hier hinten. Also brauchen wir dementsprechend hier auch noch was. So, das wird das Badezimmer, glaube ich. Ja. Also da kann man auch ein bisschen was hin. Das kann hier so eine Chill-Ecke sein. Also kein wirkliches Wohnzimmer. Hier können wir so die Küche hin machen vielleicht. Hier muss auf jeden Fall ein kleines Badezimmer hin. Hier unten kommt auch noch ein Bad hin. Sehr schön. Erfällt mir wirklich sehr, sehr gut hier. Den Balkon lassen wir jetzt erstmal. So, und ich glaube, das hier ist der Vorraum. Ach nee, der gehört gar nicht zu uns. Ja. Okay. Jetzt fehlt eigentlich nur noch hier ein bisschen was. So, ich glaube, das ist der Vorraum. So, okay. Damit hätten wir jetzt mal die Lichter hier unten. So, ich würde hier unten ganz gerne eine Küche hinbauen. Also hier so in die Ecke. Wir brauchen auf jeden Fall einen top-modernen Kühlschrank. Wobei, ein normaler tut es eigentlich auch. Ah, wartet mal. Das weiß ich auch schon. Die müssen jetzt erstmal hier weg. Wir packen hier den Kühlschrank hin. Dann brauchen wir hier natürlich die Kommode. aber zeitgenössische Theke. Bleiben wir beim Dunkeln hier. Dann gehen wir schön ran. Okay. So, das hätten wir. Kaffeeautomat. Profispüler. Kaffeeautomat. Ja, klappt das mit der Spülküche hier. So, da kann ja direkt eine Mikrowelle drauf. Wir brauchen was zum... Okay, das hätten wir. Also hier packe ich, glaube ich, so einen Hochtisch irgendwie. So eine Theke hin vielleicht oder so. Ja, wo man sich dann hinsetzen kann. Und hier dann... Hier so einen Esstisch vielleicht. Ja, mal schauen. Aber hier vorne muss ich mal gucken. Mh, man braucht eine Mülltonne. So ein Standard-Deal. Okay. Auf jeden Fall. Der Herd. Der Leckerkocher. Ne, ich will auch was. Kochmax Pro. Wie, kann der hier nicht rein? Wieso denn nicht? Achso. Dann machen wir mal hier. Da können wir ja sowas hier reinpacken. Okay. Sieht mit so einer modernen Abzugshaube aus. Okay. Das hätten wir. Hm. Hier haben wir also was zu kochen. Kühlschrank haben wir auch. Das ist sehr, sehr gut. Mülltonne haben wir. Ein paar Pflanzen, ja. Können wir hier eigentlich auch wieder hin tun. Sowas hier. Gut. Gut. Noch was für. Sowas vielleicht. So, dann brauchen wir eigentlich noch. Ich wollte hier eigentlich so eine Theke hinhaben, ne? Ja, ich wollte da eigentlich die Theke hinhaben. Fällt mir auch. So, dann machen wir das doch mal. Am Bruch aber sowas hier. Und da kommen wir jetzt so Barhocker hin. Ich hoffe, das klappt. Wo hat das denn jetzt geklappt? Was hat das da nicht? Ich dachte, das wäre... Oder wir packen einen Tisch dahin aus dem Esszimmer. Das ging ja eigentlich auch. Dann machen wir mal so. Wo ist denn das Esszimmer? Da. Okay. Also brauchen wir einen Tisch auf jeden Fall. Nehmen wir sowas hier oder eher ein Kohlischof? Ja, passt da aber nicht mal hin. Ich habe nun, glaube ich, mal sowas hier. Ein paar Stüge. Ich stehe nicht vor. Passt das denn da nicht hin? Check ich nicht. Das ist echt komisch. Die ganzen Sachen da oder was? Weißt du ja was? Dann lassen wir das. Dann packen wir das doch hier hin. So, das packen wir dann wieder hier hin. Kaffeemaschine wollte ich noch. Stimmt! Stimmt, 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 stimmt. Ah, okay. Warte, müssen wir hier eine Bar vielleicht hin machen? Einen Moment. Ne, wie zu groß. Okay. Wir lassen es jetzt. Ich lasse es. Ich lasse die Küche jetzt so. Fertig aus. Machen gleich ein paar Lichter noch. Okay, aber hier könnten irgendwo... Ich kriege die hier irgendwo hin. Gut. So was fehlt mir hier noch. Kaffeemaschine. Kaffeemaschine, Kaffeemaschine, Kaffeemaschine. Nehmen wir so einen hier. Ich glaube, das sollte reichen. Wir haben eigentlich alles, was wir dann zum Kochen brauchen. Das sind die Sachen, die wir im Inventar noch haben. Die wir verkauft hatten. Aber wir wollen uns hier komplett neu einrichten. Okay, damit hätten wir das hier. Ich würde dafür aber, dass wir auf jeden Fall hier so ein paar Teppiche hinbaggern. Das war, kommt auf jeden Fall. Das sieht den kompletten Müll aus. So. Also heute ist das Wohnzimmer dann dran. In der Luxus-Apartment. Ja, Speicher, Speicher, Speicher. Das ist anscheinend viel speichern. Das kommt nochmal weg. Wir haben das hier. Dann will ich eigentlich noch hier so ein bisschen was haben. Das ist ja nicht ein Kamin oder einfach nur? Das hier wird unsere Sitzecke. Okay, damit hätten wir das. Machen wir doch noch kurz das Badezimmer hier fertig. So, also Badezimmer wird jetzt auch noch gemacht, kurz. So, haben wir hier irgendwie spezielle Lichter? Nein. Wir kommen wieder zu unseren Standardlichtern. Aber vielleicht packen wir diesmal hier. So, was eher rein. Nein, nee, das kann ich nicht. Wir bleiben bei Enkel hier. So, was. Okay. So, anderer Boden auf jeden Fall. Da nehmen wir Fliesen. Muss auch einen dunkleren Farbton. Hält mir nicht. Das ist schon viel besser. Ah, okay. Sieht es mit Wänden aus. Da will ich eigentlich auch irgendwie Fliesen haben oder so. Okay. So, wie sowas. Gut. Okay. Wir müssen es doch ein bisschen höher packen oder sonst kommt hier ja nichts rein. Wir brauchen eine Toilette. Jetzt sehe ich eine Heil. No. Schau, ich lasse mal. Die sprechende Trina. Was ist das denn? Packen wir mal hier hin. Schau, ich mach mal die Toilette an. Klasse. Ach, die leuchtet sogar. Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Wir packen hier natürlich schön was Modernes hin. Das brauchen wir hier anscheinend nicht. Wir brauchen aber Toilettenpapier. Hä, warum macht er das nicht? Ich verstehe ja nicht, warum der das jetzt hier nicht unten hin macht. Warum würde er das jetzt unbedingt da oben hin packen. Komisch. Gut. Hier ballern wir eine Badewanne rein. Und zwar die Badewanne Clementina. Kommt hier vorne hin. Jetzt sieht das toll aus. Direkt am Fenster. Besser geht es doch gar nicht. Ich glaube, wenn wir das hier drin haben, dann läuft das nicht mehr so. Okay, warum wir immer noch kein Toilettenpapier dahin. Das stört mich schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Dann klappt das von der links nicht. Jetzt nehmen wir das mal gerade noch raus. Jetzt packen wir hier nur so Beleuchtungsdinger hin. So was hier. Ja, dann lassen wir das erstmal nur so. Okay, damit hätten wir hier unseren Hauptbereich nochmal gemacht. Das gefällt uns doch sehr. Also so sieht es jetzt hier aus. So sieht es jetzt aus. Bisher. Ich finde, kann sich doch sehen lassen. Mir gefällt es wirklich. Wow. Warum gehen wir jetzt hier raus? Also mir gefällt es bisher ganz gut. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Das war jetzt hier unsere neue Küche mit einem Klasse-Ausblick. Also mir gefällt es wirklich sehr. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, weil es euch gefällt. Gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt. Daumen hoch. Und Leute, gar kein Problem. So, das ist jetzt hier Küche gewesen. So, das kommt hier auch noch später hin. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wir ziehen in die Großstadt. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefällt. Gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt. Daumen hoch. Und wenn es euch gefällt. Und wenn es euch gefällt. Daumen hoch. Das ist doch ein Abo da. Am besten auf die Glocke drücken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ihr Leute. Dann geht es natürlich weiter hier in der Großstadt. Mit den Khans. Und dann fehlt eigentlich nur noch hier das Wohnzimmer. Und hier Poolbereich. So. Und ich glaube, das wäre es auch schon. Ich glaube, hier machen wir so einen Raumtrenner rein oder so. Hier kommt ein Bohns. Schaut euch diese Aussicht an. Phänomenal. Leute, und dann geht es hoffentlich beim nächsten Mal auch mal ein bisschen in die Stadt. Beziehungsweise nach unten hier. Ins Nobelviertel. Schauen wir mal, was wir da machen können. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.